So, zum Anfang dieser Aufnahme muss ich noch schnell sagen, dass meine Partnerin, die Ananas Girl, eben also Partnerin in der Aufnahme, ein bisschen leise ist. Das liegt daran, dass ich Audition nicht mehr verwenden kann aufgrund eines Plug-in-Fehlers, das durch Action ausgelöst wird, wodurch mein Mikro immer übersteuert, sobald ich Audition und Action gleichzeitig starte, weshalb ich halt den Sound von meinem Mikrofon hier, dem da, aufnehmen musste mit dem Sound von dem Teamsteak und vom Minecraft Ingame Sound. Und so kann ich diesen Sound leider nicht höher stellen. Tut mir leid, aber, ja, hört einfach besser hin. Und, ja, wenn sonst, genießt die Aufnahme. Und, ja, wir sehen uns gleich in der Aufnahme. Ciao. So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wurst auf meinem Kanal. So, ich habe die Facecam gerade aus Versehen verändert. Und wir spielen zusammen mit der Ananas Girl. Hi. Moin. Stegi. Gut. So, wenn ihr die, wenn ihr die an Haken bekommen wollt, dann müsst ihr einfach nur Stegi sagen. Dann funktioniert es bei der Sean Lee, kenne ich von Twitch, vom Nicht-Nilo, weil der, ja, der streamt und da gibt es einen Mod oder da gab es eine, die noch nicht Mod war. Und, ja, ich bin so ein Kleiner, der übernimmt gerne mal die Mod-Arbeit und sie halt auch. Und sie hat direkt Mod bekommen. It's time for rush, klaut mir mein Gold. Niemals. Das klaut alles mir. Du hast ja vergessen vorzustellen. Ja, Zedwo ist auch noch im Channel. Jetzt sprichst du eigentlich mal richtig aus. Zedwo. So. So. Ja, könntest du mir mal in der Mitte helfen? Ich habe drei Gold. Bitte, danke. Schnell, ich habe sieben Gold. Ähm. Ist ja super optimal, wenn du mir nicht hilfst. Büsse. Jetzt bitte. Ne, ganz ruhig. Ich bin kein Teezug. So, dann gib mir eine Blöcke. Bitte. Achtung, defend mich. Ups. Äh, den kann ich töten. Scheiße. In die Mitte, ich renne. Ich rache ihn einfach weg. Der, der, der kriegt kein Gold. Ach, hey, die Kritz kam doch schon. Ich habe doch schon die Kritz gesehen, also ist doch ein Witz. Ich schlage ihn nicht, aber er springt von selber runter. Danke für die Spitzhacke. Zack, zack. Dann, ne, ich schnappe mir noch ein Notpackstick. Ich würde sagen, wir holen uns Gold in der Mitte, weil ein Bogen auf dieser kleinen Map ist schon vorteilhaft. Äh, ja. Gelb ist allein. Okay. Akzeptiere ich mal so. Deswegen renne ich einfach zu Gelb rüber. Ähm, ja. Du musst unsere Base defenden, sonst sind wir eigentlich schon die Gewinner dieser Runde. So, Bett ist abgebaut. Tut mir leid, Gelber. Du warst aber allein und ich nutze die Chancen gern mal aus. Wenn nun mal halt der Weg frei ist. Äh. So, zack. Noch ein bisschen Rüstung rein. Zack, zack, zack. Der Gelbe ist auch krass. Ich, ich verstehe nicht, warum manche, ähm, sich so bauen, wenn man so bauen, so sehr viel schneller ist. Aber dann versuchen irgendwie zu igeln oder zu one-stacken. Das ist so eine Taktik, die ich nicht ganz verstehen kann. So. Der Typ hat auch nicht gerade den Intelligenzquotient des Jahrhunderts. Aber egal. So, der, der Rote ist in der Mitte. Ähm, zack. Ah, du bist in der Mitte, das ist noch besser. Dann können wir nämlich hier einfach die, das, ähm, schnappen. Das nehme ich mir noch in Warpowder mit. Und zack, dann. Achtung, Rote hinter dir, Rote hinter dir. Hoch. So, und ich würde sagen, die Runde haben wir gewonnen. Weil ich greife den jetzt an. Und hau ihn one-hit runter. GG, Freunde. GG. Ja, ich würde sagen, diese Aufnahmen wären ein bisschen zu kurz. Drei Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir... Oh, oh, shit. Ah, nein, nein, hörst du, wie er raushaut? Hund. Ich bin ein Hund. Oh. Wau, 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 wau. Guck, ich beiß ihn gleich. Wau, 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 wau. Auf der Map Steampunk mit im Team Rot. Und ja, wir spielen... Und wir sind Team Rot. Und jetzt werden wir uns direkt auch mal in die Mitte bauen. So, zack. Verdammt. Das ist so ein... Das ist ein Witz manchmal. Wird das Igel nicht angegeben. Also dieses... Ähm, wenn... Wenn nicht... Funktioniert die Igel. Jedenfalls bei mir. Ich sollte ja eigentlich so... Ähm, eigentlich muss man ja jittern und gleichzeitig igeln. Aber das kann ich einfach nicht. Das habe ich... Weil sobald, wenn ich jitter und igel, ähm, da hochbauen. Aber, ähm, nicht so. Warte. Lass mich bauen. So. So. Und zwar so, dass man hochsprinten kann. Ist dein Ernst? Ist es eigentlich dein Ernst? Ist es eigentlich dein Ernst? Ich würde mal sagen, wenn Alan das Golden YouTube-Kanal hätte, würde ich jetzt alle rüberschicken, um sie zu haten. Aber... Das mache ich ja jetzt mal nicht. Geht lieber alle auf den Teamstick und beleidigt sie. Kappa. Ja, und... Oh, Mann. Es ist wirklich... Das ist doch nicht dein Ernst gewesen. Oder? So. Zack, 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 zack. Bats ist zu gebaut. Tja, schade, dass dieser No-Not-Like-Dingsbums, ähm, vorhin das Spiel verlassen hat. Weil den hätten wir halt echt gebrauchen können. Hast du Gold? Beeil dich, die haben einen Bogen. Gut. Aber, ähm, das... Wenn die treffen könnten... Also treffen wir halt schon was Schönes. Äh, wenn... Aber das, ähm, beherrschen die leider nicht. So. Ich probiere jetzt mal mit meinem... Oh, eben das Glück, weil der Andanas war so nett und hat uns den Bogen geschenkt. Vielen Dank nochmal. So. Und dann gucke ich mal. Ja, der besitzt echt keinen Aim. So. So. Ein Schritt, zwei Schritt, hit. Ah, scheiße. Und ich hab ihn getötet. Jawohl. Auf Distant-Shot. So, haben wir ihn. Ja, da hast du meinen Schuss blockiert. Das war super optimal. Oh mein Gott, Gelb equippt sich ja schon aufs Brutalste, ey. Was ist denn bei denen los? So, ich werde mich mal langsam in die... Ich werde mich in die Base kurz zurückziehen, um mich, ähm, zu equippen. Ich brauche noch ein Schwert, auf jeden Fall. Das ist, und zwar dringend ein Schwert. Und gerade eben hab ich nur mit der Spitze gegen den Kampf, das wär suboptimal gewesen. Hätte er noch mehr Herzen gehabt, dann hätt ich mich dann daraufhin angegriffen. Weil dann hätt ich den Kampf auf jeden Fall safe verloren. So, zack, zack. Äh, so, die hört noch an. Ja, das wär sehr geil. So, zack. Hast du denn so genügend davor? Genug an... Ich bin King Julian. Ich kann, ähm, specken auf Englisch. Oder warte, ist das Englisch? Das ist... Könnte auch Peruanisch sein. Na, keine Ahnung. Oh, danke. So, das reicht für ein Eisenschwert. Ähm, damit können wir das da wegmachen. Dann zwei Eisen vielleicht noch. Ich will mich ja nicht gleich verwöhnen lassen, aber es ist schwer schon. Danke. Weil dann, wenn schon, dann braucht man ein Dengeon. Dann braucht man das richtige Equip. Ich muss mir noch ein bisschen Bronze sichern. So. Ne, ne, ne. Hier, ich muss mir nur ein Bronze. Ich brauch halt noch... Man braucht halt immer noch Spinnennetze. Das ist vorteilhaft, wenn man ein Spinnennetz besitzt. Weil das halt immer... Ja, ein Spinnennetz. Somit ist man auf der Rettungsplattform sehr viel sicherer. Ich besitze nur eine Rettungsplattform. Das heißt, ich schnapp mir, ähm, zwei Spinnennetze oder... Ah, doch mehr. Noch mehr. Drei mindestens. Ich kann mich nämlich dann, ähm, schön reinsetzen in die Spinnennetze. Aber wenn jemand meint, der muss mich mit Notbackstick versuchen aufzuhalten. Und, ja. So. Oh. Ja, klar. Ich hab den doch getroffen. Ähm, zurück. Oh, der trifft gut. So. Ich werd mich aber... Wo wird der drüben? Ist grad nicht mehr runtergefallen. Ich werd mich auf jeden Fall eingesch... Schießen. Pass auf. Kriegst du den? Oh, oh. Ah, alles klar. Die kommen halt alle beide in die Mitte. Ach, scheiße. Da kann man nichts machen. Gelb hat ziemlich gute... Die haben eine ziemlich gute Koordination. Die haben sich sofort in die Mitte bewegt, als sich den einen angegriffen hat. Wär schon vorderjahr gewesen, hättest du den getötet. Wo ist denn unser dritter Mate? Tod. Ah, nee. Hat jemand getötet. Ich glaub, der rusht grad ein Team weg. So, was ist denn mal wieder mit meiner FPS-Zahl los? Das ist geil. Dann wechselt man schon auf Action. Und die FPS droppen immer noch. Äh, zack, zack. Ach, das erinnert mich sowas von dann früher, ne? Früher war's OBS. Dann war's Fraps. Und was kommt als nächstes? Braucht dann von Action, muss ich dann auf... Ähm, Dings, wie heißt das? Wechseln. GoPro oder was? Ja, komm, spam halt noch mehr, du Lappen. Diese kleine Missgeburt. Achtung, die bauen nicht hoch. Ist nicht hoch. Ich baue mich ja einfach ein. Und wenn die versuchen, zu unserem Bett zu gelangen... Warum verlässt der jetzt das Spiel? Weil er von denen getötet wurde, oder was? Oh, Mann. Achtung, hinter dir, hinter dir. Der greift an. So. Tot ist er. Aber ich bin low. Ich dachte, bis jetzt, sie wären im Teamsteak. Aber wären sie im Teamsteak, hätten sie den Angriff besser koordiniert. Oder Blau rennt einfach zu uns. Ja, sicher doch. Als ob er mich noch erwischt. Achtung, Blau kommt zu uns. So. Seht ihr doch, Alter. Der Blaue hat ja mal eine Range gehabt. Das war ja... Ja, das ist... Wirklich, der Blaue, was hat der für einen Hit verteilt, Alter? Ich renne halt noch weg. Er kommt gerade runter und zack, hat er mir einen Hit mitgegeben. So, tschüss. Weiß, deinen Move kann ich auch. Und tot ist er. Ja, ich bin wie Frick gestorben, ey. Keine... Ich dachte halt, sie wären equippt gewesen, die Blauen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Könnt halt noch mehr rushen, oder? So, zack, danke. Wäre auch immer da mit dem... Och Gott, Gelb schon wieder, ne? Gelb, ihr könntet doch mal Blau ausschalten. Das wäre doch auch eine gute Sache. So, zack. Da rein damit. Haben wir wenigstens eine leichte Waffe. Uns direkt zu verteidigen. Zack. So, ein... Eins... Äh, verdammt. Zwo, drei. Und dann noch hier eine Rüstung hinein. Haben wir leider kein Schwert, aber... Passt. Werd ich nicht getötet? Schön. Ich dachte, die Gelben wären gute Spieler. Ich nehme alles zurück. Wie der eine wirklich versucht hat, nachdem ich ihn so gut gehittet hab, dann irgendwie wegzulaufen und dann sie dahinten zu verstecken, ey. Das war zu gut. Ich glaub, diese Aufnahme dauert aber jetzt ein bisschen länger. Wie lange ist denn? Schon sieben Minuten. Ach, du Scheiße. Dann wird's also doch eine zehn Minuten Aufnahme. Und ich dachte, es wird so eine... Wird eine kurze Aufnahme für zwischendurch. Aber... Kann's nicht immer werden. Vor allem mein... Hm... 60 FPS wenigstens jetzt. Aber nur wenn ich stehe, hab ich 60 FPS. Ist halt schön, wenn Action so seine Stimmungsschwankungen hat. Tisch. One-Hit. Ja klar, Alter. Puh, shit. Was macht der mit seinem Not-Back-Stick? Also manche macht mit Not-Back-Stick echt viel Rückstoß, aber andere... Puh. Booster-Guchen. Ein Eisen noch. Das ist gut. Danke. Kriegst du den? Schön. Ich weiß nicht, was die probieren, aber die wollen nur rushen, oder? Oh. Oh mein Gott. Sie haben das Pad von Team Grün abgebaut. Ich mein, die waren ja so eine Gefahr. Alter, mein Gott, ey. So. Hey, was ist bei den Teams denn bitte los? Die einen campen in ihrer Base und spammen mit dem Bow, die anderen campen in ihrer Base und spammen mit dem Bow. Das ist richtig schlimm, ey. Was ist denn los bei den Teams mittlerweile? So, zack. Hauen wir wieder mal ein bisschen Vorrat in die Kiste rein. So. Padam, padam. Ich habe Angst, dass sobald ich mich vorwage, schießen mich die Gelben runter. Oh man. Oh man. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Oha, schießt er hier schon. Versucht er hier. Er trifft sogar. Ich wollte gerade sagen, versucht er uns schon in der Base abzuschießen. Aber. Er versucht es nicht nur, er schafft es sogar. Gut. Eine. Oh. Gelb wagt sich in die Mitte. Und töten erstmal zwei blaue. Ich würde sagen. Wir können uns auch mal in die Mitte wagen. So können wir uns nämlich besser in die Mitte wagen, wenn wir ein bisschen Speed drauf haben. Deswegen habe ich gerade den Weg ein bisschen umgebaut. So. Tot. Der will mich spammen. So. Stirb. Und tot. So. Ich gehe mal zu den Grünen rüber. Und hol mir dann Bogen. Zack. Bogen rein. Warte kurz noch. Ich bin gerade in der Aufnahme. Es ist später am Abend. Deswegen. Ich müsste eigentlich noch ein paar Sachen erledigen. Deswegen. Wird. Was? Ich kann gerade noch nicht. Toll. Ich soll noch ein bisschen was für die Schule machen. Deswegen sollte ich gerade. Ich sollte noch Vokabeln lernen. Aber. naja. Liegt hinter der Aufnahme. So. Jetzt stirbt doch Ende ey. Sagst ja gar nichts mehr Ananas. Du bist komplett ruhig ey. Du sagst gar nichts mehr. Stegi ist schlecht. Oh. So. So nervt man die. So kann man die aufregen. Aufs schnellste und auf das die produktivste Art am anderen das Girl zu nerven. Man sagt einfach Stegi ist schlecht. Weil Stegi ist ihr Idol. Keine Ahnung was. Wäre meins auf jeden Fall nie. Ja. In Anführungszeichen. Aber nur. Stegi ist der Beste. Im Sterben ist er der Beste. Und der Beste im schlechtesten sein. Ja eben. Ich mach hier alle fertig. Aber ich hab grad eben eine Vierer-Killstree gehabt. Ja. Mit Sahne. So. Ich hab Lust ein paar Sophies loszulassen. So. Sophia. Los. Flieg und Sieg. Rennt und zerstört. Hihi. Baut der tatsächlich alles zu. Warte kurz man. Ich kann noch nicht. Team Blaues Bett wurde zerstört. So. Ein Kill. So. Damit ist nur noch Team Gelb ein Gegner. Ich hab Speed drin. Und ähm. Die sollten sich nicht in die Wagen hierher zu kommen. Ach. Die Spammen. Die Gelben. Die Gelben können Spammen. Das ist ja nicht mehr feierbar. Ähm. Du konntest mal zu Gelb ein bisschen aufmischen. Da drüben. So. Sollte auch möglich sein. Die auf die Distanz zu treffen. So. So. Da haben wir die gut gehittet. Ich glaub der Gelben muss sich langsam verziehen. Die sind nämlich alle low. Die können. Das Gute ist. Man darf sie nicht totschießen. Man muss die low schießen. Weil wenn man sie low schießt. Dann können sie sich nicht riskieren in die Mitte zu gehen. Weil sie zum Beispiel überhaupt nicht sterben. So. Okay. Das war ein Fehler. Ne. Wobei. Es war kein Fehler. Ich hab. Ich hab. Er war geequipped. Ich hab ihn equipped getötet. Ah. Treff ich den? Ich brauch noch. Ja. Ich geb die Deckung. So. Zack. Nice. So. Ich sammle ein bisschen Gold. Ich mach jetzt einfach die Tank-Taktik. Das bedeutet. Schnapst dir viel Gold. Und rennst. Schnapst dir viel Gold. Ich muss noch zwei Bahnen warten. Und dann rennt man. Schwirbt man sich einfach mit einer Enderperle rüber. Du musst dafür sorgen, dass die halt nicht. Sollten halt. Besser. Wie gesagt. Nicht irgendwie versuchen in die Mitte durchzubrechen. Deswegen kannst du sie ein bisschen zurückhalten. Die ganze Zeit dort. Also auf. Auf Distanz. Oh klar. So. Die bauen sich. Hier schon ihre Sachen ab. So. So. Du kannst mal hinlaufen. Wenn die. Die dürfen es nicht riskieren abzubauen. Ansonsten sind. Oh. Ich hab. Ich. Meine Spitzhacke brauch ich noch. Haha. Da dachte sie. Warte. Ich. Ich schnapp mir jetzt Gold. So. Ich verlasse die Mitte zu grün. Und verbaue mich dann. Gehe dann mal. Zu denen. Schnappe mir halt dort ein bisschen Equip. Hol mir einen Stärketrank. Und. Eine Enderperle. Äh. Ender Schmörl. Und mit der Ender Schmörl. Können wir uns dann zu denen rüber werfen. So. Warum? Kommen die? Ja. Mach schneller. So. Die schießen mich ab. Ein. Ein Sprungtrank. Ein Speedtrank. Oh mein Gott. An meinem Herzen. Haben die auf dich geschossen oder was? Gut. So. Hm. Das war in. Wann gerade nicht die schlaueste Taktik. Jetzt gehen wir in die Mitte. So. So. Dann. Hotkey richtig setzen. Und. Bett abbauen. Schöne Sache. Wo haben die sich hin verpfiffen? So. Dachten die wohl so, dass es so einfach wäre. Äh. Du defendest doch unsere Base, oder? Ja. Ja klar. So. Äh. Ja. Bringt dir nichts. Ich hab Sprung. Ich hab Sprungkraft 3. Ja. Willkommen zu uns. Ich bin tot. Und tot ist er. So. Die Runde ist doch gelaufen. 4 Kills. Null Tode. Ja. Easy. GG. Easy. Würde ich mal sagen. Und ja. Das war's von der Aufnahme. 19 Minuten. 20 vielleicht sogar. War es auf jeden Fall lange. Deswegen würde ich sagen. Wenn ich die Folge gefallen habe. Lass noch eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schmaluten.